Herzlich Willkommen zur nächsten Runde von Let's Play Trouble in Terrace Town mit Gnephias. Gnephias? Genau, jetzt kommt die Stelle wo du Hallo sagst. Dallucard. Alles so leise, heuch und guck LP. Wer ist das? Den hört man gleich gar nicht. Wer ist das? Grants. Grants. Grants 1. 83. Nightshake. Und wieder Woll. Hallo. Und mir dem Marv Sokos. Hallo Marv. Hallo Marv. De-Pre-Session. Ihr findet mich auf dem Channel. Das beste Spiel der Welt. Oh ja, das macht du kass. Oh, ich bin schon wieder innocent. Ich seh kein Sinn mehr im Leben. Ey, wer traitert hier schon wieder rum Nightshade? Ah, Escape gedrückt. Ey, wer hat hier grad an dem Detective ne Brand geworfen? Der Reischpias. Ich glaub das keine. Ne, ja, ja. Der Truck echt alle weg. Der Sniper schnippe. Ja hier ne Schnippe. Hier auch eine. Hier auch ne Schnippe. Echt? Ich glaub das war Nightshade. Also ich für hier ne Glock. Ne Glock? Ne Glock. Jojo. Jojo. Da unten liegt immer so jemand totes, ne? Ja, Horchi ist hier runtergefahren. Wow. Das kann entweder nur Horchi ... Nightshade ist gerade gestorben. Nein. Dalu ist es. Ah, Silent Sniper. Ich bin's nicht, aber ich bin jetzt eh nur confirmed hier. Ich bin's nicht, aber ich bin eh nur confirmed. Aber hier, ey, wer Snipert noch so gut. Nefias. Nein. Oh, schön. Alter, Nefias hat ja fast so gut gesnipert wie Dalu. Vita Wall hinter dir sind. Nein. Bleib doch oben, ey. Wir werden viel weiter geflogen. Es wird so viel schöner. Was hab ich gemacht wie Dalu? Na, guckoscheln. Ich dachte es ist Dalu, weil die Leute so mega weggesnipert wurden. Ja, Krabs hat ne Silent Sniper gehabt. Also Krabs hat aber alle weggesnipert. Ich glaube schon. Ach, Krabs war das. Ja, ja, aber ich weiß nicht. Ich dachte dann eigentlich, Vita ist der andere. Ich hab nur einen gekillt. Drei Meter neben ihm. Echt? Ja. Ich hab nur einen gekillt. Ich hab nur einen gekillt. Achso. Ich hab mit meiner Glock immer neben die Leute geschossen am Boden. Ja, und neben dir stand der Traitor. Echt? Ja. Ich dachte deswegen bist du der andere, wollte mich angleichen und hab die Disco hinter dich gelegt. Damit du da rauskriegst. Sehr gut. Party, Party, Disco, Disco. You say Disco, we say Party. Party, Party, Disco, Disco. Haben wir gleich wieder hier das Gesprächsthema Nummer 1. Licht ist gut für Auge. Licht ist gut für Auge. Oh, wow, wow. War das nicht das Richt-Effekt? Wir hoffen. Die Licht-Effekte. Die Licht-Effekte. Ey, werdet ihr die Disco nach mir kommen? Ich bin tot. Wenz hat sich ne Disco gestorben. Untergeflogen. Wo liegt er denn? Keine Ahnung. Ich hab ihn nur gehört. Wurde ihr meistens am Boden, wenn er da ist. Wenn du ihn gehört hast, dann liegt er auf dem Boden. Achtung da, auf dem Bett liegt ne Disco. Geworfen von Detective. Alter. Hast du die denn geworfen? Ne, ne, Martha das. Schau dir meine Aufnahme an, du Brenner. Scheiß Monopole. Bis die rauskommt, hat das jeder... Wow. Jeder vergessen. Nein, ich ne. Warum darf man da nicht die Silent-Sniper nimm, versteh ich nicht. Das ist extra die, die so viel Krach macht. Hier ist keiner. Warum ist Dadokat tot? Ja, ich bin hier... Ich bin von hinten gekommen und hab eigentlich... Äh, äh, schießt doch nicht auf mich! Wer schießt doch nicht der Sniper auf mich? Ich sag gerade, ich bin hier hochgekommen, um zu gucken, was los war. Ich hab von unten gesehen, dass der umgeschossen wurde. Ja, vielleicht das ist der Traitor. DEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDED Dann schießt du immer noch auf mich! Wo ist denn Grenz? Mav schießt immer noch auf mich hier. Ich glaub auch du bist es. Quatsch. Es ist wirklich... Vita! Nein! Wer ist es? Wer? Wer lebt denn jetzt noch? Crabz und Nightshade. Und Nefias. Weil... Horki? Horki hat auch noch. Nee, Quatsch. Ja, Horki hat eine Arbeit. Nein, das ist Horki. Doch, 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 doch. Der zieht auf mich, Horki zieht auf mich. Und er trifft mich nicht. Natürlich traurig Horki. Jawohl, er ist Horki. Ah, knapp. Na gut. Oh Gott. Ja, das ist dann auch die Antwort auf die Frage, warum ich keine Silence geholt hab. Bei meinem Treff-Skill. Ja, ja. Aber mit der AWP hast du auch nur zwei Schüsse, oder? Ja, aber ein Schuss ist ja automatisch Kill, auch wenn er in den Fuß schießt. Richtig, genau. Ach, der Erste ist immer Kill? Beide. Auch der Zweite. Sobald du... Also wenn er umfällt und schießt nochmal drauf, bleibt er tot. Das ist total geil. Ah. Der bleibt tot. Tot hoch zwei. Egal, ich hab Dalukat getötet, ich bin richtig glücklich. Richtig glücklich. Ich hab mir eigentlich gewundert, warum Marv so lange gezögert hat. Weil so schnell kannst du den Schacht nicht hochkommen. Das dauert ewig, bis du da hochkommst. Ich dachte auch so scheiße, wir erklären. Ich dachte, Marv, der tasert ihn und haut ihn dann mit erbrechen. Also nicht so mit dem normalen Satz. So gar keinen Satz, den man abbrechen müsste. Und ja, ich hab Dalukat gefunden. Der liegt hier. Was ist hier oben los? Ich wusste aber auch keine bessere Erklärung. Also mir fiel hier echt nix ein auf die Schnelle. Ich stand hier schon. Das war schon so. Disco. Toll, am Rand. Disco hab ich geworfen nach euch. Na, Heuchi, was geht? Ah, hast du es gesehen? Erschreckt mich doch nicht, du weißt mich nicht mehr auf erschrocken. Ne, Heuchi, er geht nicht mehr. Nightshade kommt da auf dich zu gerannt. Nightshade nimmt jetzt die Pampe bestimmt und schießt mich ab. Richtig. Das ist mein Plan. Das ist mein Plan, Peter. Ja, das dachte ich mir. Das dachte ich nicht. Ja, genau das dachte ich mir. Also Peng, Peng, Peng. Kaboom. Du bist tot. Kaboom. Nefias. Da kommt jetzt auch noch Marv. Marv und Nightshade. Nefias. Wieso kuschelt ihr hier so in der Ecke? Ach komm, ich bin jetzt hier. Nefias. Nefias. Ich glaube, Prenz ist schon tot. Kann das sein. Nefias. Ich beobachte die Situation da. Da hat er eine Granate geworfen. Hochi. Hochi. Ja. Marv. Marv hat die Granate geworfen. Peter hat jetzt auch eine Granate geworfen. Wartet auf das Timing. Wartet auf das Zeichen. Brennt es? Nein, es brennt nicht. Was war das? Oh, das ist. Hochi, das ist Hochi. Bin ich schon wieder abgerutscht? Ja, ja, abgerutscht. Ich bin schon wieder abgerutscht. Klar. Ist das jetzt? Lektiv, mach was. Das ist eine schlechte Lüge. Ich glaube ihm nicht. Ich hab gesagt. Wow. Auf wer... Witter hat auf wen geschossen? Wer hat ihn jetzt geschossen? Ja, auf Hochi. Witter hat geschossen auf irgendjemanden. Ja, aber ich habe mich auch angeschossen einfach so. Ist Witter Franz vom Abschuss? Ne, ne. Eigentlich ja nicht. Aber Hochi hat so ein bisschen das Reh gemacht. Ich hab heute nur erschreckt, indem ich ganz knapp neben seinem Kopf her geschossen habe. Okay. Ich wollte den da erstmal festhalten. Du warst das. Du warst das, ja. Ja. Ich wollte erstmal gucken, was passiert. Aber du hast geschossen. Was denn? Doch, Medikir. Ja, ja, klar. Ja, ich auch. Da kommt eine Granate nach mir geflogen. Ich lauf weg. Ja, aber ist da noch kein Traitor tot. Alter, Alter. Oh Gott. Nefias ist bei mir. Nefias hat eine Granate geworfen. Ja. Einer wurde weggesnipern. Einer wurde weggesnipern. Einer wurde weggesnipern. Komm mit, komm mir jetzt her nah. Mit der Scholli. Guck, bist du denn hingegangen? Ja, ähm. Ja, wer jetzt blöd, wenn ich es verrate, weil ich schleiche mich gerade ab. Einer wurde weggesnipern. Ne, ne, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich seh Vita. Es ist so dunkel. Nefias trifft nix. Hab ihn. Kein Problem. Nefias und Dümdüm trifft nix. Wo ist er? Im Ding ins Schock. Eine Tate tiefer. Dallucat confirmed the death of Krabs. Und Nefias was Traitor. Nefias hab ich confirmed und Nefias hat Krabs erschossen. Ah. Ja. Wie viele leben? Grants? Ja, ich leb noch. Achso, weil der Haken auf einmal weg war. Ich kann hier nicht hoch. Jetzt, du musst einfach unten den scheiß Haken. Ich glaub, es ist... Track das nicht. Haken weg, Mann! Da ist doch ein Haken an der Sache. Soll ich die Leiche runterschmeißen? Ich schmeiße die runter. Die liegt jetzt im Schein. Los, nimm. Wow! Ah! Hey, flieg da noch! Marv ist es, oder? Marv, bist du tot? Da wurde einer erschossen. Ich weiß aber nicht, wer es war. Ja? Dann wird immer mehr geschossen. Ja, das war ein Arsch. Oh Mann, ja. Krabs war so gut, er stand die ganze Zeit da. Ich nehm seine Identität an und dann dreht er sich um. Ich pack schnell das Messer weg. Nice! Und schmeiß aus Panik die Granate. Das war so geil aus ihm. Ich brauch direkt eine neue Maus, glaub ich. Ich steck in Ecken geblieben schon wieder. Vorhin wollte ich ihn eigentlich direkt in den Kopf schließen, aber ich hatte ausgesehen noch das Messer aus. Du hättest mich auch einfach runterschubsen können mit der Crowbar. Er stand direkt im Wand. Ja, ich hatte aber noch mit dem Klick, äh... Das ist witzig, ja. Der Luft ist spawned. Mehr ein Runterschubsen ist immer witzig. Ja, vor allem steht da nicht, womit man getötet wurde, weißt du? Und wer vor allem wer. Was denn da hab ich dich auch nicht gesehen, deswegen wärst du komplett selten gewesen. Ja, bestanden ist er die ganze Zeit, hast du so gesnipert. Ich denk so, oh cool. Ich hab dich in der Ecke nicht mal gesehen, denn diese Ecke ist komplett dunkel. Ich werd schweiter, ich schwör. Also die ist ganz schwarz. Da drinnen sieht man eigentlich. Bin ich schon tot. Bis du dann halt angefangen hast daneben zu schießen, da hab ich irgendwas klicken gehört, und hab ich gesucht. Gesucht und gefunden. Fire in the hole! Oh Gott, dass ich ne Blunker-Nutze nach mir gesprochen hab. Weißt du, und du bist übrigens schon tot, als ich dann noch gestorben bin. Ich hab dir vor 20 Minuten gesagt, wo die sind, und warte da mit der Leiche in der Hand. Und der erste, der dann kam, war dann der Traitor. Ja. Moak! Scheiße, wie kommt man denn hier weg? Feuer in the hole. Ich wurde angeschossen von Nightshade. Das ist... Ich hab doch keinen Reinshoen geschossen. Nightshade hat nicht geschossen. Nightshade hat nicht geschossen. Dann hat er dann die Identität von Nightshade geklappt. Ne, ne, ne. Dann ist es Grants. Ha, es ist Horcher geworden! Horcher hat die Identität von Nightshade. Nein. Ja. Sicher? Ich will nicht nochmal einen Unschuldig erschießen. Wechsel doch nochmal. Wechsel doch nochmal. Kann ich ab nichts. Ja, mach doch mal. Wir fliegen bei uns da. Ja, wir sind dann da vorbei. Das ist voll winzig, das Ding. Wenn ich dich jetzt mit dem DNA-Scanner scanne, sehe ich dann Nightshades DNA an dir? Ja. Theoretisch, ja. Wie soll das denn gehen? Keine Ahnung. Nightshade lebt doch noch, oder? Vielleicht hat er wieder Sex vorhanden. Ja, ich lebe. Also bitte! Wer zielt hier? Crab so? Warte, das scamm ich doch. Das geht, glaub ich, nur bei Leichen. Nein, 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 nein. Das lässt sich einrichten. Oh shit, ich fall hier runter langsam. Find ich gar nicht lustig mehr, wenn ich ehrlich bin. Dalu? 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 Ja, normal, wenn er so tut, ist er nicht so leise. Hm. Die Rückwand dieses Schrankes schließt nicht bündig mit der Platte ab. Was? Sehr interessant. Ruf den Architekten. Ja, das ist ganz für Irre. Ich schieß einmal, ob ich was testen will, ja? Achtung, ich schieß einmal, ob ich was testen will. Das geht, krass. Warte, ich schieß eben Nightshade ab, ich will was testen. Äh, Moment, Moment, Moment. Hier ist Dalu, er hat geschummelt. Ah, okay. Was denn? Ich hab ja auch nie behauptet, dass ich tot bin. Das war ja ein Witz. Ich hab extra nichts gesagt, als ich in den Ecke erworben bin. Es war nur irgendwie so ne Uzi oder so, die auf mich geschossen hat. Okay. Ach, jetzt wird wirklich dann oder so was? Ja, dann, ja. Und dann hab ich aber nichts mehr weiter gesagt, weil ich auch keinen gesehen habe. Nein, komm mal her, komm mal her, Marv. Crabsen? Du kannst, oder lehn dich einfach mal ganz an. Du kannst von hier unten, die, äh, von hier oben, die Leute aus der unteren Etage erschießen. Also der Schuss geht da bis dahin. Waffen? Deswegen hab ich das gerade getestet. Das ist true. War das der Handcrap Launcher? Nee. Wir gehen nicht. Wir gehen nicht. Wir gehen nicht. Danger, Danger, Leute. In zweite Etage, Marv. Crabsen? Crabsen oder Grantsen? Okay, hier sind alle leise, irgendwie. Das war ein Grants. Echt? Das war ein Grants. Ein typischer Grants, oder? Ganz typisch. Da, ja, 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 ja. Sag doch Namen. Da, ja, 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 ja. Da, ja, 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 ja. Da, ja, 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 ja. Allein mit Rita. Allein mit Rita. Allein mit Rita. Wo ist er denn jetzt halt? Wo ist er denn jetzt halt? Oben, das muss ganz oben sein. Ich mein hier wieder. Ganz oben. Ganz oben. Bei den Büchern, ne, der Mörder von Nightshade ist bei den Büchern. Ganz oben. Der hat gerade auf mich gestimiert, das ist jetzt unsichtbar. Ganz oben. Ganz oben. Ganz oben. Bin ich gemutet? Ich guck mir ja eben kurz. Oh, scheiße. Was ist gemutet? Oh, hinter mir. Oben, zweite Etage beim Fernseher. Fernseher? Hallo, Kollege. Kannst du auch mal was machen? Ja. Du kittst einfach alles. Was soll ich denn machen? Du kittst einfach alles. Ich mach mir das zu, du kittst einfach alles. Und das Beste haben wir uns zum Schluss aufbewahrt. Toll. Oder er mich gleich. Wie auch immer. Ich seh ihn nicht. Siehst du ihn? Ja, er ist hier unten. Beim Regal auch. Ich sehe kein Relattpunktes Problem. Ich hab zu wenig HP für den Mage. Ich hab nur 13 da. Komm ja nicht her. Hab ich nicht vor. Martin, können wir das 1-Schnitt machen? 1 gegen 1 immer? Nein. Okay. Ja, weil erst wenn ich HP abschieße. Nein, nicht okay. Das Problem ist. Na komm, 1 gegen 1. Wo bist du? Ja, du bist schon lange tot. Ich hab Angst, dass Grants hier gleich so einen fiesen, weißt du, so einen richtig lächerlichen Anschleich-Move macht. Ich muss mir erst mal einen Scout suchen, ja? Ja, ja, mach das. Gut. Du hast dir mal Zeit, Grants. Nicht, dass du mir hinterher eierst. Seht ich ja eh nicht. Microphone muted. Heißt ja auch nicht, Grants. Hä? Könnt ihr mir ein Radar abgeben, sodass jedes Team einen hat? Wär fair, oder? Aua! Du hast grad die Heiligen nach Wege geschmissen? Ne, nach unten. Er ist unten beim LKW! Lüge! Ich weiß. Ich hab grad da, aber ich seh ihn nicht. Slowmotion ducken! Ducken! Ich bin gedunken! Keiner sieht mich, oder? Huuu! Ne, ich seh ich. Wann holen? Ja, das erste Mal ab. Gott! Schwarz auf, schwarz! Schwarz auf! Wie scheiß ich bin. War ich das, oder was du's heute? Ne, ne, Horchi hat mich mal in meine Richtung geklappt. Auch am Ende nicht mehr. Da war Horchi wirklich Nightshade am Anfang. Nein, ich hab gar nichts gemacht. Ich hab die ganze Runde nichts gemacht. Am Fernseher. Oben am Fernseher. Ne, der jetzt nicht auch noch oben war. Ich hab die ganze Runde nichts gemacht. Ich hab die ganze Runde nichts gemacht. Ich ganz geht durch. Zack, 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 zack. Ich hab alle beim Fernseher gekillt, glaube ich. Da lagen ja nicht alle. Ich hab die ganze Runde einfach nichts gemacht. Ich hab keine Scout mehr gefunden. Hätte Dalu zugehört. Ich wollte nicht deinen Kopf schießen, aber wie das hat er nicht hergenommen. Ich hab ihn ja gesucht. Dann war er tot. Ja, richtig. Du warst da, wo du reingekommen bist quasi erst in das Gebiet. Dieses Loch meinst du, ne? Ja genau, du kommst in das Loch rein. Du kannst nicht ganz an die Wand stellen, nach oben schauen. Da hättest du Grants. Da hab ich Grants nämlich gesehen. Da hättest du ihn erschießen können. Ja, ich hab den Schatten, glaube ich, gesehen. Und ich wollte erst hochgehen, aber ich hatte keine Waffe dafür. Du musstest nicht mal hochgehen. Du hattest ihn von unten erschießen. Ich hab Grants gesehen. Ich hatte ihn voll im Visier. Und du schreist oben, 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 oben. Und ich sag, nein, der ist doch da vor mir. Und dann haut er mir einen Headshot rein. Hier ist wieder Grants. Dann knall ich ja mal tief ab. Weil der den ganzen Abend schon Traitor wird. Trotz der ganzen Runde nichts geleistet hat. Ja, er hat ja bezahlt. Wir können das auch machen. Ihr habt ja die 50 Euro nicht an Dalu bezahlt. Eben. Ach so. Doch, hab ich ja. Selber schuld, wenn ihr keinen Fun habt. Bei dir steht noch offen irgendwie. Die Bank kann das nicht machen. Ach so. Na, schade. Es reicht doch, oder ich helfe Dalu's Kanalmissen zu supporten. Du hast nicht genug Geld für euch hier auf dem Konto. Bin zu fett, denn wenn du den Lattdruck kriegst, bin ich hoch. Ja, du musst nix machen eigentlich. Ich bin super zu dick dafür. Ich hab eine American Dalu-Karte. Nightshade bei einem Traitor-Menü. Nightshade, ich depreviere als erstes, ey. Sagst du noch einen Ort? Aber ich hab Backup. Das ist nicht damit gerechnet, Nightshade, oder? Ne, damit hab ich nicht gerechnet. Entschuldigen Sie, sind Sie Detective Traitor? Ich komme wieder. I'm off. Nicht hier reinkommen. Nicht hier reinkommen. Nicht hier reinkommen. Wieder raus. Ich hab mich als Dalu verkleidet. Ich hab nur noch 30 HP. Nein! Das ist so zu weh! Also, geh wieder aufs Dach. Hätte eh nicht gereicht. Hätte eh nicht gereicht, wahrscheinlich. Wolltest du mir mit deiner Brechstange... Oh! Marv, Marv, Marv! Schieß nicht! Schieß nicht! Marv, Marv, schieß nicht! Wie du schießt! Okay. Alter, ich hab grad noch an der Seite rausgeschwungen. Ich hab nicht extra angeguckt, weil du da stehst. Nightshade! Ich hab's gesehen, aber ich sag dann nach! Also, Vita und ich hätten uns gegenseitig erschießen können. Er ist fast tot! Aber ich weiß jetzt nicht mehr, wem ich trauen kann! Wer denn? Nightshade hat als erstes geschossen. Na, ne viel! Das hab ich auch gesehen! Halt, er ist da oben reingegangen! Craps oben! Nein, Marv! Reiß dich! Du kannst da nicht rein, du kannst da nicht rein! Okay, wir sind Friends! Warum zeig ich das? Nein! Ach, toll! Also, ich hab nur einen! Einen einzigen Lebenspunkt! Ah, da, 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 da! Meine Bücher! Ja, ja, ich hab ihn jetzt! Jetzt hab ich's gesehen! Ach, verdammt! Komm, nicht rein! Warte, Grants! Unten ist einer tot! Du hast hier unten, du hast keine Sniper mehr, ne? Nein, ich hab eine M16! Ja, okay, ich seh, dass du nicht schießt! Einer ist wirklich tot! Seinen Sniper ballert hier rum! Über uns ist das! Oder unter uns! Geh du nach unten, ich geh nach oben! Unter euch! Unter euch! Ich bin jetzt, ich bin jetzt wieder hier oben, dolle, wo wir fohlen waren! Ja, 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 unten, unten! Wer ist denn da beim Videorekord? Das bin ich! Ich bin das! Und auf Marv wurde geschossen! Hier ist er! Auf mich wurde geschossen! Also nein, ich hab noch nichts gemacht! Was soll ich denn gemacht haben? Ach, okay! Weil du hier ne Leiche liegen hast! Ich hab... Wo hab ich hier ne Leiche liegen? Marv! Hier liegt auch ne Leiche! Wieso sagst du denn nicht, dass du Traitor getötet hast? Stopp, stopp, stopp! Moment! Auf Marv wurde geschossen! Grants ist es nicht! Krabs ist es nicht! Und... Auf Vita-Wolf wurde auch geschossen! Und Dalu ist gerade weg und wurde weggesnipert! Ich hab nur noch 8 HP! Dalu wurde gerade weggesnipert! Bei den Büchern! Und zwar von... Okay, Nephias! Fuck! Alter! Voll das durcheinander! Ich hatte nur noch 1 HP! 1 HP hatte ich nur noch! Reicht doch! Dalu musste sterben! Du hast mich ja nicht erschossen! Doch! Ich hab dich erschossen! Ich war Marv! Doch! Ich bin... Ich lebe doch noch! Ich bin voll... Marv haben wir erschossen! Ja, du hast Marv! Nein, du lebst nicht mehr! Ich hab dich erschossen! Aber ich rede doch! Dann bringst du die Regeln! Nein, weil du auch auf einmal aufgehört hast zu reden! Ja, weil ich danach wissen wollte, wer das gewesen ist! Aber war mir schon ein bisschen komisch, dass du dich nicht damit gebrüstet hast? Ja, ich wollte gerade den Fall lösen! Ich wusste gar nicht, dass Nightshade da liegt! Sonst hätte ich ihn ja sogar wiederbelebt, ey! Hei Dalu! Mal weg! Aber wer hat denn Nightshade getötet? Dalu hat mich getötet! Ich hab ihn getötet! Ach okay! Aber du hast es doch auch nicht gesagt, oder? Ähm, nein nein! Nightshade hat oben angefangen auf Craps zu schießen! Oh, schon wieder die Technik! Das sah dann aber so komisch aus! So, da musste ich erstmal kurz abwarten! Dann bin ich Nightshade hinterher gelaufen! Und da hat er eine Bärenfalle in der Hand gehabt! Dann hatte ich genug Zeit! Das mit der Bärenfalle habe ich immer gehört! Und das alles, obwohl du tot warst, finde ich nicht gut! Ja, ja! Wie machst du das? Nur weil das Admin ist hier! Äh, hier warte! Nefes hat eine Waffe auf mich geworfen! Ja! Geh mal weg da! Hallo Schubsch! Du musst mich jetzt hier runter schubsen! Okay, bereit! Spring dann aber! Drei! Zwei! Okay, du bist schon gesprungen! Toll! Okay, ich bin tot! Das war ein Hex! Komm doch mal hoch, wenn man das nochmal mit einer Disco... Hey, wer ist jetzt tot? Hä? Hast du nicht den Newton Launcher kaufen? Achso! Ne, ich habe keine Credits mehr! Okay, bei... Disco! Ah, okay! Moment! Das kann doch eine Heilige sein! Du weißt das! Oh Gott! Grenzen! Oh nein! Ich habe das körperversichtlich! Ich warte! Er wollte! Also Dalu hat den Detective getötet! Auf Anweisung! Oh nee! Ey, da habe ich nichts zu tun! Er wusste, dass es eine Disco ist! Hm... Super Dalu! So, jetzt verliere ich Karma wegen so einer Aktion, weißt du? Wieso hat Marv den Dings? Ja, weil ich mit dir jetzt geholt habe! Dalu, du hast keinen Karma verloren! Das kommt ja erst nach der Runde! Das wäre voll das dumme Spiel, wenn das in der Runde live aktualisiert wird! Ja, stimmt! So, jeder schießt jeden mal wieder kurz an! Ja, eben! Die beiden haben keinen Karma verloren! Alles klar! Ich habe Sinn! Oh, Horschi! Ich hätte schon lange schießen können, keine Sorge! Da oi! Da ist doch irgendwo was im Busch! Ah, Horschi? Ja? Komm mal her! Nein! Nein, dann guck hier drauf! Nein! Ey, ey! Wer war das? Ich habe nichts gemacht! Ich habe nichts gemacht, bitte! Das schmeißt... Okay, dann kriegst du den DNA-Scan noch nicht! Was? Ja! Ich will kein DNA-Scan noch nicht! Wir wissen es ja auch! Nein! Da wurde einer mit einer Silent Sniper weggeschossen! Nein, ich habe sie nicht! Ja, aber es gibt zwei Trader, ne? Ich habe keinen Skill! Ich kann es nicht sein! Ich wurde angeschossen! Ich sehe aber nicht von wo! Schon wieder! Schon wieder! Und nochmal! Und schon wieder! Ich sehe den scheiß Schützen nicht! Da oben! Wo denn? Krabs? Wo ist da oben? Wieso? Ja! Was ist denn hier los? Jetzt auf einmal wurde ich verhofft! Wir müssen da rein! Komm nicht runter! Oh Gott, ist das! Wo? Unten wurde er erschossen unter uns! Ja, ja, geh mal runter! Ich glaube nämlich das... Krabs ist es nämlich nicht! Jetzt ist noch einer gestorben, bald gehen uns die Leute aus! Und du bist da echt... Du auch! Ach ja stimmt! Ich bin Detektiv! Ich bin Detektiv! Ich dachte ich bin Detektiv! Ich bin Inno! Kranz war ja Detektiv! Was? Nein! Du erwischst mich nicht! Ich glaube ich füge mit dem Ende halt mal Munition ein! Schminkst du so runter ist er alle! Klick, klick, klick! Oh no! Aber ohne Anzeige! Hallo Marv! Bist du ja nur wieder? Alter hier! Ne, der hat auf mich geschossen Leute! Ja, weil du Traitor bist du, Vogel! Wieso soll ich dich Traitor sein? Oh, hier ist der andere übrigens! Nein! Da ist er! Unten, 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 unten! Oh Gott, Taro! Scheiss Shuriken! Da ist er wieder! Da ist er! Könnt ihr mal aufhören auf mich zu schießen? Gieß auf Blöden! Ich schieß nicht auf dich, Marv! Aber ich kann mir das ja in Ruhe angucken! Ich hab damit ja nix am Hut! Maaan! Du kriegst mich nicht! Tchuuu! Hochi, hochi, hochi! Das ist ja klar! Tak! Okay, Horchi ist es! Und... Vita noch am Start? Ja! Dann ist es Marv! Warum seh ich nichts mehr? Flash rank! Du warst tot! Ne, ich warst tot! Ne, ne, Flash! Okay, das ist ne Flash! Bin ich fast tot! Danke! Danke! Du brennst, Horchi! Das ist nicht gut! Das zieht ja HP ab! Das war ein Arsch, ey! Ganz ehrlich! Immer locker flockig! Silent Sniper! Okay, dann gehen wir wieder in Deckung! Puh! Ich hoffe, du hast noch genug Schuss, ey! Könnt ihr mir sagen, ohne Sniper liegen? Dann komm ich auch raus! Na klar! Ja! Bewinst uns ein Radar! Gib mir doch ne Chance! Ich hab auch kein Radar! Also heul nicht rum! Du bist doch nicht alleine, oder? Doch! Quatsch! Irgendeiner lebt auch noch! Das Gute ist ja... Du triffst ja nix! Deswegen glaub ich jetzt einfach hier rum! Die treffen nichts? Ja, das wird schwer, ja! Alltens siehst du ja auch gar nix! Du weißt ja nicht mal, wo ich bin! Das war... Ja, ich hab kein Radar! Ich glaub, ich hab praktisch in den Teer! Okay, aber ich sehe leider keine Schüsse! Oh, die Silent Sniper ist so gut! Oh, schön! Absolut! Ja, das war das auch noch, war mir ja klar! Aber ich find ihn einfach nicht ohne Sniper auf der Map! Mir fiel das scheiß Wort nicht dafür ein, dass der oben auf diesem... Weiß ich immer noch nicht! Oben! Also ich... Ganz... Ja, ich hab doch... Oben, oben, oben! Das nennt man Videorekorder! Ne, auf dem Poster stand! Nein, da drüber warst du! Auf dem Poster! Ne, ja, auf dem Poster! Okay, auf dem Poster! Ich dachte, oben wär noch so ne Leiste! Und mir fiel das Wort jetzt nicht ein! Leiste! Stuckleiste! Ja, irgendwie so was halt! Und das war halt... Hallo, war schon auf dem Stuck! Ist er oben, oben! Die geilste Frage, Nightshade! Wo ist denn oben? Ja, guck mal nach links! Links von mir! Das Wort nicht einfach! Ach ne! Ach ne! Ah, ey! Aber der, der... Enter hat... Wollte einfach nicht gehen, ey! Den A-Scanner? Ich hab' nicht das Karma dafür verloren! Ja, toll! Du Pfeife, ey! Sorry! Ich kann ihm nicht mal was für, ey! Will man mal was Lustiges machen, ey? Ihr habt euch gerade! Ich werfe grad Discompliment... Äh! Pfeife! Das war ne heilige Dalu! Das war ne heilige Dalu! Das war aber nicht meine! Ach du heilige Dalu! Ich bin nicht hier bei Helfi! Au! Au! Ich war bei Detective Mars, zu lange geht's voll ab in dem Schacht! Ich war im Schacht! Also ich unten! Nein! Nein! Nicht nach unten! Da ist Feuer! Nicht nach unten! Da ist Feuer! Flieg, Krabs! Flieg! 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 Oh Gott, Lightshade! Ne, wer schießt nicht auf mich? Nicht! Das ist gut! Äh... Wollt... Warst du da unten? Ich steck mich hier! Wollt! 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 Verdächtig! Aber super verdächtig! Disco Disco! Party Party! Nein! Pass auf! Grants über mir! Grants über mir! Grants hat ne Granate nach mir geschmissen! Verdient! Und mich dann auch noch runtergestuckt! Nein! Stimmt nicht! Ja! Stuckt! Da ist einer erschossen worden mit Silent Sniper! Silent Sniper! Wieder die üblichen Verdächtigen! Da oben ist Detective Marv! Da oben ist! Da wo Grants grad hochrennt! Nein! Hier ist nur Marv! Und der ist Detective! Ja, aber aus der Ecke kam's trotzdem! Er ist ja in die... Hier nach hier weg geflogen! Night Sniper! Ja, der muss ja unter uns einer sein! Wo ist denn Marv jetzt? Unter uns ist halt Traitor! Echt jetzt? So! Da ist er! Alter, ich erschreck mich jedes Mal von diesem Bild, weil's aussieht wie so'n Traitor, der hier in der Ecke sitzt! Zweite Mal! Ich bin mit Grants allein! Nein! Was hieß der denn hier für Bücher so? Hier guck mal! Oh nein! Können sie da gar kein... Hey Marv grinst du? Ach der da! Ja, ja! Wenn du jetzt hier ohne Taschenlampe hier durchgehst und dann nach rechts guckst, dann sieht das nicht so aus! Achtung! Ich verändere jetzt die Star Wars Saga! Ich hab Anakin in den Kopf geschossen! Aber von hier wird doch geschossen! Das kann ja eigentlich dann nur Dalu sein! Oder war hier noch alles? Ich hab selber gerade deswegen... Ich bin deswegen hingerannt, um zu gucken! Aber da ist nix! Nicht mal Blut! Da ist nix! Warte, ne Juge! Willst du meine Waffe haben? Marv? Geht's dir noch gut? Da hat sich für Beine gebrochen! Ja, Marv ist mit dem Schild leider zu schlimm! Lightshade hat mich hier verfolgt! Was? Wo? Marv ist total verletzt! Woaaah! Somo! Dann ist es Dalu! Nee, oder Horchi lebt noch! Nee, Horchi ist tot, ne? Horchi ist tot! Nightshade ist beim Detective! Ja, ich bin beim Detective! Nightshade kann das auch noch! In Grants und Gramps mittlerweile auch! Nein! Ja, ich kann das sein! Nee, ich bin's nicht! Ich bin Inno! Oh! Er ist an der Tod! Von ner Shotgun erschossen! Von Nightshade erschossen! Ich bin hier bei Dalu! Er wurde von Nightshade erschossen! Ach, mein Gott! Echt hat der... Okay, warte, wenn Marv jetzt tot ist... Ich bin runtergefallen! Oh, ich bin ange... Marv! Grants, guck! Nightshade! Sag ich doch! Ja! Ich hab's ja auch gar nicht abgestritten, ne? So! Er hatte kein Leben mehr, das war keine Leistung! Seine Leistung, du bist tot! Wuh! Ich lebe auch noch! Ich lebe auch noch! Nice! Das heißt... Okay... Nefias lebst du noch? Okay... Dann hat Vita die Time... Ich habe noch mal hier gemacht... Ich habe noch mal hier gemacht... Ach, okay... einer... du schon mal hier. Ich habe noch nie... Nefes... Und ich habe noch nie... Ich habe noch nie verletzt... Ich habe noch nie Rufus Zockus, ey. Vergewaltigt seine Tastatur. Oh, unten in der Straße. Oh, nein. Der letzte. Nephi hast schön gemacht, du alter Camper, ey. Krass, Nephi wieder. Horch erwischt, wieder erwischt. Ja. Ja, aber ich hab dich echt nicht gesehen, ne. Sehr schön gemacht. Ja, die Map ist halt sau-Sniper-lastig, also was auch hier voll gut funktioniert. Die Map ist, wer will die denn immer spielen, ey? Ich wollte die auch nicht sagen. Ich hab nichts gesagt. Doch, du willst auch immer. Ich find zwischendurch so eine Sniper-Map ja ganz cool. Ich bin ja vor allem richtig schlecht im Sniper. Zwischendurch, ja. Irgendwie find ich die lustig. Ich find ich anstrengend. Ich bin dafür, dass wir dann gleich eine andere Map spielen. Ich find, wir spielen die nochmal. Wir haben noch nie zwei Maps hintereinander geschwasselt. Doch, die schon jetzt. Irgendwann ist immer das erste Mal. Oh, scheiße, ich hab ne MC in der Hand. Krass, wie die Granate sofort hochgefeuert wird, wenn du sie auf den Dings wirfst, ey. Ja, schon krass. Okay, jetzt reicht's, Marv, du musst nicht sterben. Krass. Okay. Marv und D4. Oh, oh, jetzt wird's ganz leer. Ich meine, der nächste, der hier hochkommt, da ist einer. Wir haben bezahlt, auch für andere Sachen. Ey, du hast mich wirklich gehauen. Meine Karriere hat sich. Ey, die beiden hauen sich da. Warum haust du hier? Ich hab nur noch 60. Marv, wieso hast du Grants verprügelt? Wir machen hier ein Crowbar-Battle. Nein, wir schubsen nur. Also Grants hat aber bis jetzt nicht mitgemacht. Ey, und jetzt war Feuer nach mir geworfen. Oh, wir sind Feuerbacht. Das macht keinen Spaß. Feuer nach so eine Feuerblume, wie beim Mario Kart, ey. Wenn du mich anschlägst, dann bist du tot. Oh, Leute, Karma verlieren wir. Das Geile ist, immer wenn es Slow-Mo angeht, sag ich direkt, Horchis. Warum eigentlich, ja? Ja, weil du der Einzige bist, der es noch kauft. Das ist schon wieder out. Ich find's cool. Das ist schon wieder out. Ja, Marv, ich kann nicht lange nicht mehr mitmachen. Ich find's aber cool. Steht der da noch, Nightshade? Ja, ich mach meine Slow-Mo Schuriken. Ich hab was für dich. Ich hab heute beim Mexikaner gegessen. Marv, du kannst nicht mehr auf 100 Meter nähern, Darst. Was macht das nicht mehr auf 100 Meter nähern? Kann ich verstehen. Und das im Team-Room, das heißt, er muss die Map verlassen. Vita, ich hab das genau gesehen. Was? Ich hauck hier und guck hier rum. Ja, ja, ich war ein Sniper. Wenn ihr nichts gesagt hättet, hätt ich dir direkt einen Headshot verfasst. Ja, natürlich mit einer Sniper. Nightshade. Grants, immer weg mit einer Pumpe. Obwohl, du wirst ja eh schon angehackt. Nightshade. Okay. Horchi. Horchi hat gerade was von Slow-Mo-Sherikin gesagt. Und ich glaube, hier ist einer gestorben. Auf mich wird geschossen. Jetzt fängt doch einer eine Leiche rum. Auf mich wird... Da, einer schossen. Marv, 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 Marv Sniper. Identifieren. 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 Los. Ich hab gesehen, dass er den einen abgeschossen hat. Erst schauen. Wer ist denn tot noch, dann? Vita ist tot. Und er hat hier, äh, Grants erschossen. Warte. Und ich hab's gesehen. Und das ist ein Traitor. So, Leute. Oh, schön grenzen. Okay. Und jetzt belebe ich den Traitor wieder. Marv, oder was? Sag der Marv, ja. Das hab ich euch nicht erzählt. Ein super Plan. Das wär echt geil. Wir hätten damit rechnen können. Ja, aber Traitor, einen Traitor zu töten, zieht richtig viel Karma. Das ist mehr als ein Inno-an-Inno-Kill. Echt? Hm. Aber jetzt hab ich die geile Sache. Du machst auch weniger Schaden an einem Traitor, wenn du selber Traitor bist. Oh, okay. Ey, Detective Krabs hat nix gesehen. Nee, ich war da grad nicht. Mach's damit. Nightshade, nein. Vergewaltige dich nicht. Er hat auch Gefühle. Er wurde überfahren. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Warte mal, ich geh zu dir. Da, Lu, ist oben bei dir. Ich bin hier oben. Ja, hab ich den hier schon nicht schießen können. Marv, er wurde überfahren, oder? Äh, ich verzeuge. Du bist Zeuge. Krabs, kannst du mal kurz runterkommen? Ich hab hier ne Waffe für dich. Was für eine? Die Stylent Sniper. Stylent Sniper. Stylent Sniper. Die gestylte Sniper. Krabs? Sollten die anderen weggehen, hier. Da. Kriegten halt mal was. Da kam nur die Disco. Disco. Woher? Hast du sie? Froh, dass es keine Heilige war. Heilige Disco. Heilige Disco. Heilige Disco. Wer lebt denn noch? Wie viele Points hast du noch, Krabs? Also der Nefis. Nein! Oh, Krabs ist er... Oh, Krabs ist er... Wo ist er denn gefallen? Er ist in seinen Tod gestoß. Wenn er das noch gerufen hätte, wäre es... Aber man findet doch das Radar, wenn er tot ist, oder nicht? Warte, hier liegt er. Nee, der Radar nicht. Ich hab den Grablehold von Krabs. Wieso kann ich seine Waffe nicht aufheben? Ich hab den Grablehold von Krabs. Ja, klar, von Krabs natürlich. Ja, hier. Bin doch bei ihm. Wieso kann man die Waffe nicht aufheben? Ah, doch kann man. Mit E. Ja, okay. Es gibt aber einen Grund, warum du sie nicht aufheben kannst, wenn dein Slot 8 durch eine Traitor-Waffe belegt wird. Das ist aber auf Slot 3. Hallo! Wer ist da? Oh Gott, so viel Action hier. Best Traitor! Ich geh da mal wieder. Sind wir die letzten 5, oder was? Ich 10 auf 4. Ich 10 auf 4, aber gut. Ja, und der Typ mit dem Enter-Haken, ne? Ja, der Nefels, der den grad von Detective genommen hat. Ach, der geht's eh selber. Ja. Und wer kriegt ihn dann? Haben wir eine Reihenordnung? Boom. Der erste Traitor, der erste Traitor, dann sind wir. Marv will was werfen und haut jetzt ab. Ne, viel nehmst du noch? Marv hat doch wieder so eine Nähne in der Hand. Ich dachte jetzt schon, auf dein Fall. Wo liegt was? Was war das? Spring mal runter. Hast du hier ne Brand reingeschmissen? Boah, der Fahrstuhl brennt. Ja, Marv hat den Fahrstuhl. Ich fall runter. Marv zündelt. Nee, Marv zündelt, ey. Traitor. Dado, Dado ist es, Dado ist es, Dado ist es, Dado ist es, Dado ist es. Okay. Es ist wirklich Dado. Zuerst geschossen, aber du wirst es nicht. Doch, du wirst es, okay. Ich hab's auch geschossen. Ich hab auch getroffen. Ja, aber du hast auch dein Blutverdienst. Eins will ich noch sagen, jetzt weißt du, wie die Map funktioniert. Wenn man hier rausfällt, sieht man die ja nicht, ne? Das Glas ist nämlich ne Lupe. Und diese ganze Szene ist ganz unten. Ist hier unten drunter. Aha. Aha, okay. Schlecht nicht. Was, wovon redest du? Hab ich jetzt schon? Ich hab keine Ahnung. Das Fenster. Ja. Irgendwas hab ich mal gesagt. Außerhalb. Das ist quasi hier unten, hier unten drunter. Nein, wir haben noch ein bisschen. Tschau. Nein, das war nach Hause gekommen. Tschüss.